Ja, denkst du, ich zerstöre es nicht. Ja, aber ich mehr. Ich meine, ich habe ja sogar dein Spiel zerstört und das ist ja schon eine Leiste. Die beiden schlechtesten Spieler spielen nicht. Perfekt. Und dann auch noch ein Level, wo man sehr, sehr leicht sterbt. Anja ist schon mal gestorben, Nina hüpft noch. Ah, ich war Luigi. Oh, ich habe die ganze Zeit auf Mario. Und jetzt sind beide tot nach 20 Sekunden. Fick dich. 20 Sekunden. Ich will jetzt noch mal spielen. Ja, ich auch. Los, wir machen das jetzt nochmal. Ich bin das Spiel cool. Ja, theoretisch scheinen wir da nicht so gut gestorben werden. Ja, ich habe auf dich geguckt, tut mir leid. Ja, kann jeder sagen. Okay. Nein, aber warum macht ihr überhaupt die Burg und nicht das Grützeland? Das Grützeland ist scheiße. Aber die Burg nicht, oder was? Nein. Nein. Ich will das machen. Nein. Nein. Entschuldigung. Nein. Nina ist tot. Oh nein, nein. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Anja, nein. Anja, nein. Anja, nein. Wie cool, wenn man da stehen will, kann einem nichts passieren, oder? Doch, doch kann es. Nina ist nochmal tot. Anja lebt noch. Wie geil. Okay, bleib da drauf stehen. Bleib da drauf stehen. Bleib da drauf stehen. Ich bin besser als Nina. Nein, Anja. Nina ist tot. Nein, doch nicht. Ich bin so gut wie tot. Aber ich bin nicht tot. Ja, sie ist tot. Jetzt ist sie tot. Anja steht noch. Nein. Nein, nein. Nein. Geh rund, geh rund. Da. Kann ich überhaupt schießen? Nein, kann ich nicht. Nina ist tot. Anja steht noch. 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 Jetzt haben wir gerade auf Anja geguckt. Ja, das kann jeder sagen. Das ist aber auch so. Nein. 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 Nein, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Ich lebe. Alter, ich lebe. Jetzt zerstört alle meine Leben, Alter. Die Rasse hier. Alter, ich hätte vorher speichern sollen und dann so, ups, jetzt ist der Knopf aus der... der Knopf, jo. Nein, 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 sterbe ich jetzt? Nein. Oh, ich hatte so viel im Leben. Nein, ich spring gegen die Wand! Ich hatte drei... Alter, ich hab so lange ausgehalten, ey, doch... Ihr seid doch... Scheiße! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich mag das Level. Nehmt das Grützelland. Ich mag das Level. Das Grützelland. Anja, das ist echt fies für Janas Level. Jan hat nur noch 21 Leben. Ich hatte vorher 29. Ich hab nur zwei Leben... Ich hab ein Leben weggemacht, oder? Ja. Wie cool. Gut, was heißt Nina? Okay, das soll ich vielleicht nicht sagen. Wow, ich bin tot, oder? Wir haben zwei Sekunden gespielt. Ja. Wir haben zwei Sekunden gespielt. Wir haben zwei Sekunden weiter draus. Sonst spürst du was. Leute, was geht mit euch? Ich bin grün, ne? Nein! Wow, ich hab's getötet. Wie cool. Ich will das drücken. Nein. Ich bin tot. Hallo? 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 Hoing, hoing? Hallo? Hoing, hoing? Jetzt mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Es geht nur am Körper, nicht an den Beinen. Anja, streng mich an. Hallo, ich hab doch auch... Das ist der Kopf und es stirbt nicht. Komisch. Dann stirbt's wohl nie. Ah, ich hab's umgebracht. Was soll die Scheiße, Nina? Was machst du? Nina! Anja! Ihr vergesst schon nicht, dass wir diese Münzen brauchen, ne? Äh, ja. Welche Münzen? Das ist doch kein Scherz. Diese großen, goldenen. Ah, nein, ich war noch auf dem Kopf. Schlupf, nieder runter. Entschuldigung. Schreckliches. Anja, ist in der Ruhe gegangen? Warte, nicht machen! Nichts machen! Nichts machen! Nein! Nein! Warte! 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 Und jetzt? Du willst springen. Das ist... Ah, gut. Sehr gut. Ein Upp! War das nicht gut von mir? Ja, das wär gut. Ich wär besser, oder? Ja. Irgendermaßen. Wow, 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 wow! Das ist witzig auf Nina drauf zu springen. Nein! Nein! Da ist so ein Ding! Nein! Da oben war es ne... Hallo Nina! Das war echt deine Schuld! Wieso? Du hast mich da runter geschoben! Anja schub sich nicht an! Wie sollen wir da hochkommen? Wir müssen auf so ein Ding springen. Ich hab's geschafft! Ich hab... Ich hab... Ich hab nen Zahler bekommen! Ey, wie geil! Ey, das ist doch echt gut von Nina. Das ist echt gut. Pfff... Ja, okay, ich bin schlecht. Aber die letzten zwei da die Burg und das mach ich gut, finde ich. Nochmal. Nein! Dann spiel gerne! Wollen wir nicht einfach SSBB zucken? Gerne. Ist das das Aggressionsabbausch? Ja! Ja! Okay, wir zocken jetzt SSBB.